Herzlich Willkommen zum heutigen Türchen. Ihr könnt eine Nintendo Switch gewinnen. Ich bin Felix. Ich mache normalerweise Videos. Heute mache ich ein Video und zwar ein Let's Play. Ich spiele euch jetzt auf der Konsole eine historische Fußballszene nach und ihr müsst raten, um welches Tor es sich handelt. Klingt einfach. Ich würde sagen, wir legen los. Tja, das habe ich sauber versenkt. Ich hoffe, ihr konntet erkennen, um welche Szene es sich gehandelt hat. Es war nicht das erste Tor an diesem Nachmittag. Es war aber ein denkwürdiges. Schickt uns doch einfach den Torschützen und vielleicht das Datum oder irgendwas, was klar macht, was für ein Spiel ihr meint, an advent.lfreunde.de und dann könnt ihr die Nintendo Switch und die zwei Spiele dazu gewinnen. Ich wünsche euch viel Vergnügen, viel Spaß, viel Erfolg und natürlich vor allem eine schöne Adventszeit. Bleibt uns gewogen. Liebe Grüße aus dem Studio. ich bin Habib Vielen Dank.